Die Schüler des Brillat-Savarin-Oberstufenzentrums aus Berlin sind die Netzwerker der diesjährigen Energiesparmeister. Die Schule entwickelte die Zusatzqualifikation Nachhaltiges Wirtschaften im Gastgewerbe. Mit geschärftem Blick gehen die frischgebackenen Nachhaltigkeitsexperten in die Betriebe und überprüfen dort deren Klimafreundlichkeit. Bei den Maßnahmen der Schüler lernen Gäste, Partner und Mitarbeiter mit Sicherheit einiges über den Klimaschutz dazu.